servus und herzlich willkommen zurück zum 1337 gaming ich muss sagen wir sind hier gerade übel zur selbsthilfegruppe und haben strohhüter auf dem kopf ich bin nicht supporter aber ich habe die falsche runde dabei 1337 stinke piet zum glück kann ich manche szenen raus schneiden wenn ihr wüsstet was hier los ist ja die fragen warum keine haare habe ja ja ich kann sagen rausschneiden ja ja oh mein gott bitte schau dir mal den kong an das brennende haare ich habe keine haare wo es da der unterschiede redeneinander ist mir völlig egal aber einfach übersteuerung völlige übersteuerung leute ich habe wirbelwind oder meine pro um ein gott der inwader flash ich hier der typische doppelwort ganz easy mark erichs 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 war die top als wenn der Patrick am Retardal 2 ist wie hässlich er ist oh my god high definition ey sorry ihr braucht euch nicht wundert, dass das HD nicht funktioniert aber ey, beim Patrick also wenn du den Blue nicht schaffst, dann bist du echt der Retardeste Jungler Boah, ich hab nicht mehr gehittet ich trinke nen Trank das kann ich leider vergessen ich hab ja keine Worte ihr wärs mal wenn du mich schildest oh schade recken die ein bisschen die recken ich weiß ja nicht flash jetzt, wenn die klinge wirft FLASH! okay doch nicht, die hat daneben geworfen oh, eins im neuen Anlauf oh my god hast du den Blue nicht geschafft? oh my god, der PD schafft den Blue buff nicht so hässlich was ist, nein crack, crack ey, alter Report das für cheating ja, was heißt was heißt, Jungle kannst du vergessen ich hab noch nie einen Wukong gejungelt der Runde live ist hier ist er am Arschloch oh, ich besiegt halt wirklich den Jungle ja komm mal an, dieses Helm ist viel schwer ich hab's wirklich noch nicht geschafft ich hab's wirklich noch nicht geschafft ich hab leg mich auch auf mich nicht du smidest die scheiß Wölfe naja, da haben wir wenigstens Worte im Jungle wenigstens einen warte, ich setz mal nen Trinkert auch mal die machen wir was Toplane NEED HELP PLEASE vom The Jungle nein, ich hab den Larsen nicht bekommen der ist halt echt schlecht ich glaub, ich muss kotzen so schlecht, weil der Lars zählt das ist weg der Jungle check ich hier überhaupt nicht also hab ich auch noch nie gemacht schön jetzt redet er sich wieder raus eigentlich dieser Main Jungle und spielt immer so oder Patrick denkt sich hier immer komm mal hin, find ich die Gegner nicht die Gegner? ich fertig schon wieder ja alle Buffs alle Buffs? du hast ja meinen Buff oh mein Gott also meine die Stats 06 wenn unser wenn unser jungler nicht counter gankt, weiß ich auch nicht was ich tun soll auch zu entganken? ich muss erst mal ich muss erst mal leben wir sind im Jungle langsam wir zwei ey was ist mit dem klaren los? das gibt's doch nicht los toll der Ericsson mit dem Toplane deswegen troll das ganze Team jetzt ich troll jetzt einfach nur noch also der Erste der Erste der Erste der von uns einen Kill macht würd ich sagen Leute den müsst ihr auf jeden Fall den Skin spenden BAM Alter meine Falle haben阿mann upa bleVPN dig der dodge der einfach mal easy das Ding hier Kick den Mühe in die Luft damit sie denken die m 해주 Zion ausgleichen aber das müssen sie gar nicht sowie 1 ist das Game von Lennox Road ja Leute, ich weiß nicht, dass ihr langsam nehmt was zu spielen also 0-3 läuft auf der Toplane so gut, im Glück ist die, kann man auch auf mein Gesicht gehen hey, leck mich am Arsch aber genau das hat diese Bugs immer noch nie so ein Bug sehen mein Heal healed nicht die Katharina macht mir 500 Schaden mit Ignite und 370 Schaden mit Tanzen der Klinge mal ganz modern, verliehen wir die Filme und die alle alte Firma? dann gab's dieses Spiel einfach nicht ne, dann surrender die Minions automatisch und wir kriegen Punkte Plus geschrieben wegen First Try 500! yes! ja man das comeback das comeback ist real ihr müsst wissen, Ericsson ist besoffen Mann, der ist besoffen, Jeff ist... ich bin noch nüchtern, einige waren warte mal 0-4 ne, ich bin auch besoffen habe ich ne nice SS mit nice SS mit nice SS mit ich hab noch nie so ein SS gehört wie von dir SS wer wäre es denn eigentlich im Jungle? oh Gott, der Pied auch deswegen von dir oh mein Gott, das ist einfach durcheinander geredet und das ist quasi Quasimodo 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 fällt ich hab grad ein Wortspiel gemacht hier hab mich so voll geschüttet egal, geh einfach um Fisch, ich schieße Uldi oh Gott, da steht der Trash keine Worts vom Support Report stimmt und der Affe used Uldi, nachdem er Exhaust kriegt oh Gott, so ein schlechtes Spiel hab ich glaube ich noch nie du lebt dir halt ganz schön weit aus dem Fan komm ja der Flash, der Flash W der Flash W war ich da nicht entscheiden hä? hehehe gering oh my god, wie er schiedet das Wolleck der einzige Survivor wie der fucking canon ist mit 05 woher hab ich 48 Lastens also wenn du als Jungle noch weniger Lastens hättest Martin Patrick Scheiße ey mir entfallen die Worte du bist so hässlich ich weiß gar nicht was ich sagen wo ist der Tanki? mach immer Schaden ey du machst so wenig Schaden alter du musst nur Autos alter du hast dein Wurststern verschmissen der stand quasi still 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 vor mir still und du schmeißt dein Wurststern so daneben wenn er hier steht ist okay report Canon Alfkar Schiff report Canon Alfkar Schiffen okay ich habe jemanden von kein Bock mehr ja der Ericss der auf Alfk auf den Club wir verlieren deswegen den Teamfight report jetzt kommt hier left gleich hier left auf dem Bildschirm left heißt links left report Ericsson ja so ein Button da drück dir bitte einmal drauf ich bait den Fisch kill den halt oh mein oh mein oh mein Gott und ich sterb noch weil du du ich glaube ich brech die Aufnahme hier ab ach du scheiße sei dir dumm ich brech die Aufnahme hier ab ich glaube ich brech die Aufnahme hier hier ab brech sie ab und kommt dann so richtig auf ich mich schon wieder ja wir sind kurz davor ich glaub mir nicht vor dem Fall ist gekommen wo ist mein Team 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 Supporter 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 mich Supporter Oh Gott also ich bin ja grundsätzlich gegen Surrender aber ich glaube in diesem Fall Never Surrender a Rank Game also Ericsson ich weiß warum du Surrender machst Alter weil der das Der Ericsson alter Surrendert a Rank Game es kann immer noch sein dass alle 5 Disconnect haben und der Ericsson Surrendert einfach a Rank Game Ericsson ich hab doch gar nicht kann es sein dass eine Alien Invasion stattfindet wir alle sterben aber wir verdienen immerhin keine Punkte Boah Alter ich mach den 85 Schaden Braut und Tank der stirbt jetzt so hart oh uuuuuh terminiert 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 ich glaub den Hund ich glaub den Hund nein die beenden das Spiel tötet den Fisch tötet einen von dem Fisch ich schieße Uldi ich schieße Uldi ich schieße Uldi dass die verwirrt sind los jetzt geh drauf ich werd die fallen die sind verwirrt macht sie einfach kaputt oh mein Gott Leute ich mach den das war so close so close eigentlich war das echten Wind Leute und wir sind uns beim nächsten 1337 Gaming wir haben nur mehr als Stroh auf dem Kopf und im Kopf ich fick dich und deine Ma Aufnahme beendet das ist klar RAH